Der Zeit voraus, seit 78 Jahren. Das ist die Moser Bär AG in Sumiswald, eine der grössten Arbeitgeberinnen im Emmental. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Gesamtlösungen in den Bereichen Präzisionsmechanik, Uhrenanlagen, Elektronik, Informationstechnologie und Medizinaltechnik. Die Moser Bär Gruppe ist weltweit tätig. Sieben Gesellschaften an zehn Standorten engagieren sich für 1500 Kunden in 150 Ländern. Mit der Marke MOBA Time ist Moser Bär führend in Entwicklung, Produktion und Verkauf von Uhrenanlagen, Zeitsystemen und Zeitreferenzen. Moser Bär bietet Gesamtlösungen, neueste Technologien und Produkte, Projektberatung, Design, Inbetriebnahme und Schulung. Weltweit sind mehrere 10.000 Anlagen in Betrieb. Auf der ganzen Welt gelten für Moser Bär die gleichen Werte. Präzision, Leidenschaft, Tatkraft und Impuls. Darum steht Moser Bär seit Generationen für höchste Zuverlässigkeit und erfolgreiche Partnerschaften. Das gilt für den Geschäftsbereich MOBA Time ebenso wie für MOBA Tech. Unter der Marke MOBA Tech ist Moser Bär der Industriepartner in den Bereichen Präzisionsmechanik und Elektronikfertigung. Das Unternehmen stellt Prototypen und kleine und mittlere Serien für Kunden zahlreicher Branchen her. Besondere Kompetenzen beweist Moser Bär in der Medizinaltechnik. Ein Bereich, der durch fokussiertes Wachstum stark ausgebaut wird. Besonderen Wert legt das Unternehmen auf die langjährige Zusammenarbeit mit seinen über 90 Spezialisten, wie auch auf die Förderung seiner 20 Lernenden. In Sumiswald können Berufe wie Polymechaniker, Elektroniker und Informatiker erlernt werden. So sorgt Moser Bär auch für Spitzenleistungen in der Zukunft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017